Nachdem Markus Vogtmann am Freitag bereits auf die Schwäche in den Edelmetallen im Goldpreis eingegangen ist, möchte ich hier nochmal nachlegen und aus charttechnischer Sicht die ganze Lage beurteilen. Ich möchte Ihnen zeigen, wo aktuell im Goldpreis, im Silberpreis die wichtigsten Unterstützungen sind, wie ich hier langfristig in den Markt einsteige. Und wir gucken uns aber auch noch ein paar Minenaktien an, denn die geben ja immer im Grunde so ein Stück weit einen Hebel auf die Edelmetalle und da gucken wir uns mal ein paar große Spiele an, die aktuell aus charttechnischer Sicht ebenfalls ganz interessant aussehen. Mein Name ist Mario Starnröng, ich bin charttechnisch orientierter Trader, Day Trader, Swing Trader und jetzt würde ich sagen, schalten wir mal die Glaskugel an und gucken, was die Edelmetalle machen. Wir sehen in diesem Chart den Gold Future auf Tagesbasis im langfristigen Chart bis 2011 hin und wenn wir da mal schauen, da gab es 2011 und 2012 drei markante Verlaufshochs im Bereich 1780 bis 1800 US-Dollar. Ich habe sie das Bollwerk genannt und wer meine Videos hier auf Finanzmarktwelt oder auf meinem YouTube-Kanal schon mal verfolgt hat, der weiß, dass ich diese Marke schon lange mit anspreche. Dieses Niveau wurde nämlich auch, ja hier bei dem Ausbruch nach oben, wurde dieses Niveau angelaufen, er diente erst einmal als Widerstand, es gab einen Abpraller, sowas ist ganz normal, eine Seitwärtsbewegung und dann die weitere, ja sehr dynamische Bewegung nach oben. Dieser ehemalige Widerstand wird, nachdem wir diesen Überschritt haben, wird er zur Unterstützung und wir sehen, was in der Vergangenheit schon an Widerstand immer, dass der Markt hier wirklich Reaktionen gezeigt hat und damit besteht auch als Unterstützung hier eine gute Chance, dass wir auf diesem Niveau den Verkaufsdruck abschwächen und wenn wir mal eine Etage weiter runter gehen, da haben wir so im Bereich 1720, 1730 US-Dollar im Grunde das Mittelfeld dieser Seitwärtsbewegung, den Volume Point of Control, der ebenfalls als Unterstützung dient und dann noch eine ganz markante, wichtige Marke, das ist für mich eine sogenannte Make-or-Break-Linie, 1670 bis 1690 US-Dollar und der Goldpreis kann durchaus bis dahin noch korrigieren, er kann natürlich auch weiter korrigieren, aber solange er sich über diesem Niveau aufhält, ich sage mal bis 1670 fällt und dann eine Gegenreaktion erzeugt, haben wir insgesamt weiter ein sehr starkes Chartbild und daher, erst wenn wir unter die 1670er Marke fallen, dann trübt sich für mich das Bild ein, denn je tiefer ein Markt fällt, desto unwahrscheinlicher wird es ja, dass wir ein neues Verlauf hoch machen und daher, Rücksetzer auf dieses Niveau sind für mich interessant und kaufenswert. Das fängt am aktuellen Niveau an und wenn man zum Beispiel in der Lage ist, eine langfristige Position aufzubauen und hier, ich sage mal, vielleicht in drei Schritten einzusteigen. Da würde ich auf dem aktuellen Niveau eine Position kaufen, dann so im Bereich 1730 US-Dollar, nur im Mittelfeld dieser Range und dann später im Bereich 1670 bis 1700, so ungefähr. Und dann hat man hier einen schönen Einstiegskurs, einen durchschnittlichen und wie weit der Goldpreis dann letztendlich fällt, das wissen wir ja nicht. Kann ja sein, dass er auf dem aktuellen Niveau schon abdreht und wieder nach oben läuft und dann muss man im Grunde seine Position, die man hier nicht einsammeln konnte, die muss man dann nach oben wieder aufbauen bzw. Rücksetzer wird es immer geben. Ein Trend läuft ja immer in Bewegungs- und Korrekturschüben und so hier meine Vorgehensweise im Goldpreis. Jetzt ein Blick auf den Silberfuture und auch der sehr stark eigentlich. Wenn wir uns mal angucken, in den letzten Jahren, seit 2014 hat sich der Silberpreis hier in einer Seitwärtsbewegung bewegt. Wir haben im Bereich 1850 bis 19 US-Dollar, mal gucken, Unterstützung, Unterstützung, Widerstand, 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 hier auch Widerstand, einmal kurz drüber geschossen. Das ist ein sehr wichtiges Niveau. Dann haben wir den Century V-Web auf dem Niveau als Unterstützung. Und jetzt der Bereich 21 bis 22 US-Dollar. Da kann man sich drüber streiten, was jetzt das tatsächliche Ausbruchsniveau aus der Seitwärtsbewegung ist. Fakt ist, dass das zwei sehr markante Marken sind. Also im Grunde von 19 bis 22 US-Dollar. Das ist für mich langfristiges Einstiegsniveau. Und auch hier ähnlich im Goldpreis. Erster Einstieg im Bereich 22, hatten wir hier vor einigen Wochen schon mal. Dieses Niveau ist Einstieg. Und dann nächste Positionierung im Bereich 19 US-Dollar. Und wenn hier der Kurs dann, ich sag mal so, in Richtung 17 Dollar fällt, dann sind wir zurück in der Range, dann will ich die Position nicht mehr haben. Da würde ich mich dann auch von ihr trennen. Also nicht von physischem Silber. Davon trenne ich mich nie. Aber ich sag mal, wenn man irgendwie auf Papier, ETF oder wie auch immer spekuliert. Und jetzt kommen wir schon zu interessanten Minenaktien. Am Ende gucken wir uns noch den Gesamtmarkt an, den GDM-Minenindex. Jetzt starten wir mal mit der Barry Gold. Barry Gold ist ja einer der Big Player im Goldgeschäft. Und aus charttechnischer Sicht ähnlich wie im Silberfass. Wir hatten hier eine Seitwärtsbewegung über mehrere Jahre seit 2013. Da haben wir nämlich im Bereich 20 bis 22 US-Dollar immer wieder den Kopf gestoßen, immer wieder Abverkäufe gesehen. Und jetzt haben wir das Widerstandsniveau überwunden. Der alte Widerstand wird zur Unterstützung. Und damit ist das ein breites Kaufniveau hier, Leute. Zwischen 20 und 22, also ich sag mal ab jetzt, ab sofort, kann ja sagen, hier bis 22, 50 roundabout. Das ist Einstiegsniveau. Was möchte ich auch hier wieder nicht sehen? Ich möchte keine Kurse unter 20 US-Dollar sehen. Da platziere ich meinen Stop-Loss. Und hier haben wir aber einfach gute Chancen, dass dieses Niveau hält, dass hier wieder Käufer in den Markt kommen. Und dass wir wieder in Richtung 30 plus X nach oben, nach oben laufen. Natürlich unter der Voraussetzung, der Goldpreis muss mitspielen. Der darf jetzt nicht total abtauchen, sondern der sollte sich entsprechend auch, wie eben schon gesagt, fangen. Und wenn Sie ein gut gefülltes Depot haben, ich sag mal ab 30.000 Euro aufwärts, wenn Sie Unternehmer sind, Selbstständiger sind, Leitender Angestellter, und wenn Sie Ihr Geld an der Börse für sich arbeiten lassen möchten, und zwar so, dass es einen regelmäßigen Cashflow gibt, dann melden Sie sich bei mir unter info.tradingblog-academy.de und wir sprechen mal darüber, wie ich Ihnen weiterhelfen kann. Als nächstes Newmont Corporation, der nächste Big Player. Und hier haben wir ein sehr markantes Unterstützungsniveau im Bereich 52 oder 51 bis 54 US-Dollar. Da hatten wir markantes Verlaufshoch, dann diese brutale Aufwärtsbewegung nach oben. Alter Widerstand wurde zur Unterstützung. Hier hat man so Schattenbildungen gesehen. Ein Zeichen davon, dass dieses Preisniveau nicht akzeptiert wurde. Und da sind wir von diesem Niveau, sind wir aktuell noch ein Stück weit weg, aber sollte es im Goldpreis noch mal ein bisschen weiter runter gehen, dann haben wir auch hier gute Chancen, dass dieses Niveau noch mal angelaufen wird. Und das ist interessantes Einstiegsniveau. Gucken wir uns noch Silberaktien an. Natürlich auch ganz spannend, nachdem wir Gold jetzt abgearbeitet haben. Endeavor Silver, sehr interessantes Niveau. Da haben wir uns hier einige Monate, einige Jahre, muss man auch sagen, seitwärts bewegt. Wir haben ein Widerstandsniveau im Bereich 4. Das ist kanadische Dollar wohlgemerkt. Und auch hier Ausbruch nach oben, korrektiv abwärts. Und hier sehen wir schon in diesem alten Ausbruchsniveau, das ist markante Unterstützung, da treten schon immer wieder Käufer in den Markt. Da sind zuletzt Käufer aufgetreten, noch mal ein leicht tieferes Tiefkäufer aufgetreten. Jetzt testen wir dieses Niveau noch mal an. Und das ist weiterhin Unterstützungsniveau und damit interessantes Einstiegsniveau. Was möchte ich wieder nicht sehen? Kurse zurück in der Range im Bereich 3,50 und die Position wäre für mich gestorben. Eine weitere ganz spannende Aktie, auch eher im Bereich Silber anzusiedeln, ist die Curm Mining. Hier haben wir momentan auch seit Anfang August eine Seitwärtsbewegung, eine Korrektur. Und das Unterstützungsniveau hier zwischen 6,50 und 7 US-Dollar hat sich zuletzt als markante Unterstützung gezeigt. Auf diesem Niveau sind wir aktuell wieder. Es kann hier noch sein, dass wir noch mal eine Stufe tiefer rutschen in Richtung 5,75 bis 6 US-Dollar. Das war auch mal Widerstand, 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 Unterstützung, Widerstand könnte hier wieder zur Unterstützung werden. Und im Grunde ist das hier für mich interessantes Einstiegsniveau, was ich nicht sehen möchte. Kurse unter 5 US-Dollar, da wäre dieses bullische Bild erst einmal wieder hinfällig. Und das Ziel im Bereich 12,13, Century VVAP, alte Verlaufshochs, das wird hier wahrscheinlich erst einmal in 2021 nicht angelaufen. Aber die Chancen stehen gar nicht mal schlecht, wenn wir uns über der Marke halten, dass wir hier tatsächlich den nächsten Move nach oben sehen. Natürlich wieder unter der Voraussetzung, Gold und Silber schmieren jetzt nicht gänzlich ab. Und jetzt ein Blick auf den Minengesamtmarkt, den GDM. Und hier haben wir auch, wie schon so oft gesehen, sehr interessantes Niveau. Seitwärtsbewegung seit 2013 im Bereich 850 bis 900 Punkten im GDM seitwärts gelaufen. Dann kam der nach Corona Crash Move nach oben. Der alte Widerstand wurde zur Unterstützung, direkt als Unterstützung bestätigt. Und dieses Niveau, wir sind nicht mehr weit davon entfernt, ist interessantes Niveau für den Gesamtmarkt. Hier, ja, sich einfach mal Positionen auf die Watchlist zu legen, Positionen näher anzugucken, näher zu verfolgen. Der Markus Wugmann hatte schon gesagt, momentan will sie keine haben. Und genau da ist ja dann der richtige Zeitpunkt gekommen, um zuzuschlagen. Kaufen, wenn die Kanonen donnern, auch wenn momentan, ja, die Kanonen nur grummeln, donnert ja gerade gar nichts. Aber es ist einfach momentan antizyklisches Investieren, ist einfach langfristig am sinnvollsten. Und da sind die Minenaktien momentan wirklich interessant. Ich wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende und natürlich auch einen erfolgreichen Start in die neue Woche. Es ist nicht mehr weit bis Weihnachten und vielleicht sehen wir uns nochmal wieder, wenn die Minenaktien vielleicht die ersten Reaktionen nach oben zeigen. Also, ich wünsche Ihnen alles Gute, Ihr Mario Starnrücken.